einen wunderschönen guten tag zu einer neuen runde golf wird auf dem tt kanal mit dabei sind hallo ja warum ist es egal ja du hast nicht gesagt das war echt fies ich habe es gesehen also der eigentliche plan ist dass du oben in das grüne ding springst dann auf torfelsen reinrollst genau der plan hat nicht funktioniert doch ich habe das doch gar nicht gesehen ich habe nur die schicke sehen so wirst du denn schon wieder ich glaube ich habe eine röhre weitergeht zufällig nein schafft man doch nicht oder doch das schafft man ja oh gott ist das schwer das rechte schild würde ich sagen ja ja kannst du ja das linke schild davon nehmen ich bin in der röhre liegen geblieben oder nehmen den weg geht es überhaupt anders ja oben lang kann es unterfallen aber ich will jetzt den grünen weg ich habe das schweine im jahr zu hause nachkammer ich habe das ja nicht mitgenommen also ich habe die richtigen zwei jahre jetzt ich hab's bei fünften schlägen ja ich reiß nicht immerhin ihr müsst mehr rechts von den zweiten schild also von den linken schild ja rechts ja alex ich bin zurückgeflogen an der stelle nein okay was du denn mit 20 mega knapp ach Gott zu kurz das ist nicht gleich der lässt sich mal hoch ja wo bist du her das war's ähm ja der geheimgang ging also er redet auf der röhre liegen geblieben und die blüste sind zu langsam da sind die 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 nicht zurück wurde verarscht aber auch den selben weg genommen Lügenpresse wurde verarscht aber wenn der geheimgang geklappt hätte wäre ich glaube ich immer noch rausgefallen der wäre es doch rausgekommen ich bin auf tisch erdbeeren erdbeeren also der geheimgang hätte ich auch nur nach oben gebracht oder ja richtig von oben wäre es einfach runtergekommen genau 22 oh oh nicht zu fest okay oh Gott eher links von dem Schild ne einfach nur nicht zu fest ja eher links ja eher links ist richtig ah wie nett und da ist schon das vielleicht man kann auch einfach mal ohne ohne Schmackes schlagen vielleicht ja ohne Wart ja mehr Power schnie schnappes mehr Power ohne Schmackes das klingt ja wie Freiheit für die Freien das klingt ja wie Freiheit für die Freien was ja ganz genau was Druck für die Unterdrückten ja das ist ja die ganze Zeit sowas ja drüber bisschen Rohr auf das Rohr ziehen ja 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 ich bin hier diese kleine Minirampe ich weiß nicht wie genau ich gelandet bin du hast du es gesehen Ich habe es gesehen, aber ich werde es nicht nachahmen können. Doch, das funktioniert. Du siehst es nicht mehr, aber es funktioniert. Du kannst es auch nachbeien. Lausche meine Worten, junger Padawan. Maxi McFly. Oh, wenn das klappt, das wäre nice. Ist das ein Fehler gewesen? Wie sollte das in dem? Der hat Klamm. Ich wollte da noch. Ich wollte noch gegen die andere Kante. Aber das funktioniert natürlich nicht. Ich werde es so flippermäßig fünfmal abreißen. Ich glaube, es war sogar gewollt, weil da hinten noch so eine Grünfläche nach oben steht. Warum sollte man das? Auf das Fenster und dann liegst es besser. Oh, wow. Schön, ich bin zurückgeflogen. Wow. Vielen Dank für den Tipp. Aber mehr funktioniert. Mein Totenkopf bringt mir kein Glück. Ich brauche wieder mein Engelsdingens. Ich habe die Schuppe. Ja, Floppe. Siehst du? Oh, da hat auch einen guten Schlag gemacht. Maxi über den Stein. Geht auch ganz safe ohne. Ich wollte gerade sagen. Nehmen wir die Biegung mit. Wow, Maxi, nein. Mach eine Biege, Max. Wie die Fliege. Mach eine Biege, Fliege. Wie hieß das damals? Die Text-Airgeschosser. Genau, danke, danke. Okay, rechts oder links? Was ist besser? Ich nehme safe. Bin nicht mutig. Ich nehme safe im Weg. Egal, wo besser ist, rechts ist immer gut. Wie war hart? Sagst du das auch in ein paar Wochen bei der... Oh, wei. Nein! Ob sie nicht wollten wir bei allen oder ist das bei einem anderen Wahlsprengel? In zwei Wochen, ja. Der Dall oder eher abwesend ist... Nee, was? Briefwahl. Der wird ja wohl Briefwahl. Hat er schon gewählt, hat man nicht. Ich weiß, das Datum war nicht, ist ja peinlich. 24. 24. Ja, das heißt... Das ist nicht peinlich. Bei uns ist unsere Kindergarten, wir wollen mal Neuwahlen. Wir sagen, unsere Kindergarten, was sich... Ja, nee, irgendwie fangen wir schon. Bei uns ist es eine Grundschule. Ich weiß es nicht. Ich muss es nicht. Nein, nein, keine Feuerwehr, weil wir uns keine Schule existiert. In öffentlichen Gebäuden ist es normalerweise. Äh. Also auch in der Uni rein theoretisch? Oh shit. Kann passieren, ja. Keine Privat-Uni. Ich lege mal vor. Moment. Gott, ey. Ja, ja, das ist alles machbar. Ach, Gott, das will, ey. Du musst da vom Abfall ruffliegen. Wo muss man denn hin? Ja, das ist noch hinter uns. Ja, das ist halt ultraschwer, weil der... Was ist doch gut da oben? Du müsstest auch gar nicht in das Loch. Das wäre natürlich der optimale Weg, aber du könntest auch einfach ein bisschen fester schlagen. Ach so, da oben hin, ja. Versuch. Der Bahn ist voll. Ist nicht der Bahn. Ja stimmt, das ist natürlich viel einfacher. Alter, ich kann so fest nicht schlagen. Okay, doch, kann nicht. Ich habe gerade noch ein Geheimdorf gesehen, glaube ich. Und ich bin daneben, nein, doch nicht. Ah, Flock, hier, hier, hier. Hallo. Nein. Komm. Nein. Nein. Kein Geheimdorf, Lalo. Was machst du? Ich roll daneben. Ich roll daneben. Nein, nein, nein. Guck mal nach oben, taut er da oben, muss er hin. Das ist einfacher. Jetzt schlägst du mit Schmackes geradeaus gegen die Wand. Genau, da fliegt er die ganze Zeit. Schmackes, mach mal. Du, du, du sollst Schmackes. Du viel Schmackes, ich hoffe, es ist auch Schmackes. Ja, nicht wie diese Panda-Pranke. Bisschen mehr. Richtig. Jetzt rutschst du vielleicht, nein, trotzdem runter. Nein, nein, doch. Da lag ich. Du musst ihn einmal runterrollen. Die verreckst du, ist okay wieder. Nein, nein. Nein, nein. Du kommst bis dahin runter, auf jeden Fall. Das wäre lustig, wenn der da rein. Aber der jetzt daneben, er fällt daneben. Und du fällst auch nicht daneben, nein, nein, nein. Wenn die jetzt drücksitzt, wer. Nein, du kannst noch spielen. Da war ich auch. Da waren wir, glaube ich, alle. Weil die coolen waren da. Und da, du bist hier unten bei uns, schlechten. Einer von euch. Du bist das Loch. Wer macht das? Wuh. Nee, das ist das falsche Loch, oder? Du musst gegen die Bande und dann auf die Bahn. Ja, genau. Okay. Ja, also nicht mit voller Wucht. Oh, nicht mit voller Wucht. Das haben wir geschafft. Oh, ich bin drüber gesprungen. Aufs Brett, jawohl. Na, ja, ich bin aufs Brett, aber ja, leider. Der Dalle macht mir den Safety. Der normale Weg ist auf viele Einflüsse. Du kommst auch mit einem hin. Ja, holy shit. Ja, lol. Ey, was ist das denn? Ey, das ist eine Kante. Pass auf, das ist eine Kante. Ah, cool, dann hat die ich nicht erwischt. Mann. Und dann ist es zu smooth für Kanten. Ich komm da nicht hoch. Wie ist das smooth, kriminal? Der Alex nimmt den Safe-Weg, um trotz der Letzte zu werden. Alex. Nein. Die Map ist aber nicht schön zusammengebrochen. Also, Wickel, Wickelberechnung ist nicht so weit. Aber der hat viel Deko eingebaut. Ja, aber die Bahnen sind halt nicht so weit. Ach, der hat halt immer so Möglichkeiten, dass du es besser schaffst um eine sichere Möglichkeit. Das ist schon cool. Was ist denn das für ein Rohr da eigentlich? Das ist gar kein Rohr. Das war ein Stein. Ja, das ist okay. Ja, hier ist der sichere Weg diesmal. Scheiß, okay. Äh, okay. Ach, so wie die Power. Jetzt noch ein Tiger. Okay, nein, und den sicheren Weg ist wieder viel leicht. Ja, außer du sprichst drüber. Erster Sprung stand, fass auf, Dralu. Oh, da ist eine Rampe. Hier. Ich hab's noch ein bisschen länger gebraucht. Ja, Achtung ist eine Rampen. Aber das Loch haben sie auch extra groß gemacht. Ja. Er musste sich, glaub ich, die Wand hoch machen, weil du sonst, wenn du den langen Weg, oder die Rampe nimmst. Das Loch wird ja immer angepasst anhand der Bahn, wo er's drangeklatscht hat. Die Bahn ist ja breiter. Ja. Okay. Oh, da musst du auch erstmal treffen. Hat Alex auch schon geschafft. Nee. Alter, meine Maus jetzt ist so langsam dafür. Klar. Einmal davon die Wand damit, die du schaffst. Oh, Alex. Oh. Der Mitte ist halt überall rammt. Alter, warte mal. Ich muss mal eine Maus bestellen. Einen Punkt höher. Warum hat er dir gesagt, wie du schlagen sollst? Ja, ich hab jetzt statt 400dpi, 800dpi. Dann nehm' halt nicht die Wand damit und spring halt. Oh Gott. Oh. Tschüss. 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 Alex wird's jetzt wissen. Oh. Nee, ich muss wieder zurückstellen. Das ist ja unfass... Äh? Ah, natürlich Alex. Hast du gerade gleich noch kennengeblieben? Keine Ahnung. Der ist in der Schmiede abgeprallt. Der Schmiede ist abgeprallt, ey. Ich hab eigentlich hingeguckt. Tschüss, ey. Der hat die Wand nicht mehr eingestellt. Der einfache Weg... Okay. Was soll das denn sein? Oh, springt Mamo. Fliegt der hin? Na, ne. Mach den Safe Weg. Geht das da, Lop? Was willst du denn das auch machen? Du darfst die Rampe halt nicht treffen. Ja, die zerquetscht mich. Oh. Maru. Oh nein. Ist die Rampe jetzt gut oder schlechter? Die Eisrampe, scheiße. Sie hat Mamo geholt. Sie hat Mamo geholt. Oh nein. Oh, Mamo. Das war kein Glück. Oh, ich bin durch. Ich bin durch. Nein. Oh. Welches Loch ist egal wahrscheinlich. Linke ist fake. Ach so. Ich dachte... Ach, da ist... Grundrat, du wärst drin gewesen. Nee, es hätte nicht gereicht. Doch. Es hätte voll gereicht. Ich hab jetzt meine Maus kaputt gemacht. Du hast sogar zwei. Boah, das sind noch ganz viele Löcher. Siehst du, auf dem Stein in der Mitte... Ja, den Stein in der Mitte hat sich davor angepeilt. Das schaffst du. Nein. Du kannst aber... Du musst aber denken, du kannst irgendwas Wasser ditchen, ne? Das heißt, wenn du davor reinnimmst... Ja, ja, aber... Was Wasser ditchen? Wo seid ihr bitte? Wenn du die Rampe nimmst... Ah, ich seh's grad. Das wird nix, oder? Ach, schau. Du siehst jetzt natürlich. Das zweite Loch hast du auch gesehen, ne? Ja, ja, auf dem Stein das. Der geht jetzt. Der geht, der geht, der geht, der geht, der geht, der geht! Scheißer Konon! Und es zählt leider nicht. Nee, da hatte ich jetzt die ganze Zeit angefangen, den musste ich jetzt durchziehen. Noi, das ist ein Hold-in-One. Ne, bei mir nicht gesprungen. Also das ist wirklich, aber... Hat es geschafft. Ich bin gesprungen. Ach so, jetzt ist das Rampe. Ach so, deswegen bin ich gesprungen. So, auf dem Zug klappt. Lol, da ist... Die hab ich nicht gesehen. Alter, wie die... Die blenden. Ey, guck mal hinter mich. Ja. Da geht ein Rampe immer wieder hoch. Oh, stimmt! Oh Gott! Über die bin ich rausgeflogen. Boah, das ist natürlich bitter. Oh, what the fuck. Das hätten wir uns alle treffen können. Keine Ahnung. Jeder hatte Glück, würd ich sagen. Außer ich. Oh, das ist alles okay. Eintritt zur Normare. Bin ich mit Gefühl. Voll mit Power. Gefühl ist zu wenig. Brain Power. Jawohl! Abkürzung. Gefühle sind immer zu wenig. Hallo. Guten Tag. Rocksblast! Oh, Fulgen! Wenn ich ehrlich bin, oder? Das ist die richtige Richtung. Glaub ich wieder zwei. Ich bin im Loch. Ich gehe aus Science Gründen in die andere Richtung. Scheiße. Nein! Das ist doch auch ein Loch, oder Maro? Die ist viel besser. Definierst du besser. Würfelschläger hast du gebraucht? Also, um da drum zu kommen, hab ich jetzt noch drei gebraucht. Ja, okay. Wir sind über die Rampe gesprungen und dann ins Loch. Hey, das ist die Experience auch besser. Ich treff die Rampe aber nicht. Oh Mann ey, das kann doch nicht dein Ernst sein, das Spiel. Oh, Flocke. Achso, da ist die andere Seite, okay. Andere Seite, der macht. Wir haben Kekse, übrigens. Nee, nee, nee. Wir sind auf der Keksseite. Nein, nein, nein. Ihr seid auf der Kuchenseite. Hier sind die Keksseite. Ja, hallo? Bist du noch für Maxi? Bisschen weit, Kunrad. Ja, ich hab nicht mehr fest geschlagen, aber... Ja, okay, lassen wir das mit dem Schild. Also, ich hab nicht ohne one. Nee, nee, das... Ja, hinten ist doch bei dem anderen Ding... Ja, du sollst da hinten auf die... Du springst so eine Regengrinde da hinten rein, ja. Achso, ja, scheiße. Und da ist so ein Booster drin, wo du direkt in so ein Netz kommst. Okay. Äh, dann lassen wir das. Ich mach das jetzt einfach. Okay, ich hab das... Ich hab's raus. Uh! Ah, okay. Leute, seid... Nein! Zu fest. Jetzt seh's. Wieder zu... Nee, nicht zu fest. Nein! Ah, da hinten, ja, okay. Aber ich dachte auch, ich lande erst auf der Bahn. Vor allem hab ich dann ja noch leichter geschlagen, weil ich mir so dachte, okay, ja. Das passt nicht. Und man musste noch fester schlagen, oder was? Los, Alex, go! Du musst hinten in der Regenrinne landen. Unglaublich! Go, Alex, go! Richtig, hättest du dich teilweise in der Luft? Ja, ja. Warum unglaublich ist das eigentlich? Du kannst reinspringen. Nein! Nochmal! Alex! Der! Ah, ah, ah! Alex! Der aber! Der aber! Der aber! Der! Ah, ah! Nee! Das ist der sichere Weg! Jetzt aber! Jetzt ist es eh zu spät für den sicheren. Jetzt aber! Ah, Alex, eh letzter geworden. Da fäng ich von dem Weg. Ich glaub, du springst weiter. Das ist auch mal abgesehen. Ich glaub, du musst uns zu früh resettet. Was? Nee, ich bin immer... Okay, komm, nehmen wir den. Was soll das? Oh! Oh Gott! Das funktioniert! Da gibt's ne Abkürzung. Ja, guck mal, wo ich gelandet bin. Das war zu doll. Guck mal! Hallo, Flocke! Ich probier jetzt einfach alle Abkürzungen hier aus im Spiel. Alex, guck mal, das hat funktioniert, wo ich gelandet bin. Warum? Ja, hier am Loch. Ich bin direkt zum Loch gesprungen. Ja, ja. Ja, ja. Okay, ich weiß so. Aber nicht mit viel... Nicht mit viel... Das hat nur Gefühle gebraucht. Ja, stimmt. Hallo! That was easy. That was easy. Was denn? I am surprised. Boah, Kunran. Wow, Kunran. Ich dachte gerade, du bist voll rausgeflogen. Wow! 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 Verarschen kann ich mich selbst, Flocke. Verarschen kann ich mich selbst. Boah, Kunran. Nein! Sag du doch mal, du wirst gebobbt, Tau Tau. Also... Das ist ein blauer Ding. Das blauer Ding. Dass die Kanone in die Kanone in die Kanone müsste. Welche Kanone? Damit ist der Kanone. Wow, Kunran. Wow! 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 Du kannst hole in one machen, wenn du den normalen Weg nimmst. Ja. Ach, Kunran. Ach, du Scheiße. Ja, ich kann das nicht. Wow, Flocke. Wie bin ich jetzt gerade hochgeflogen? Wow! Boah, Alex. Wow! Kann dir so schnell sein? Ach, Scheiße. Ich weiß schon ganz genau, was in den Kommentaren steht, ey. Wow, Flocke. Wow! Wow! Kannst du... Wer lebt gerade auf? Kann der Typ... Kann der Typ ein... Kann der Typ? Was er hochgeht so... Wow! Kannst du mal? Ein Typ? Du weißt den Meme-Typen? Ja, ich weiß nicht. Ja, genau. Die Meme-Guy. Wie heißt der? Was, oder? Der Tote. Soll er, dann kommt ihr ins Loch rein? Was? Soll er, dann kommt ihr direkt ins Loch rein? Und das ist ne Pipe. Also ne... Ach, Pipe. Hallo, Flocke. Hallo, Ui! Oh! Hallo, Flocke. Da bin ich aufgelandet. Ihr könnt schön festschlagen. Ist doch ein Witz! Außer wir sind hier Alex. Wow! Wow, Alex! Wow, Alex! Wow, Alex! Wow, Alex! Wow, Alex! Jetzt hört auf! Ja, auf der zweiten Seite, Max. Das ist die andere Seite, der macht. Muss jetzt aber da drüber springen, genau. Das ging auch nicht. Oh, doch. Das hätte auch schief gehen können. Flocke, du kennst nur das Sprichwort. Neun von zehn Leuten haben nichts gegen Mobbing. Hm. Wir sind aber sieben. Wow! Also, voll letzte Runde mehr. Eigentlich Flocke, jetzt wünsche ich, dass ich verkackt, weil ich, äh... Na ja, Klaus, in Ordnung. Ich bin nah dran. Nein, 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 nein. Wo bin ich denn jetzt? Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Wo ist der Attentativweg? Es gibt einmal über die Rampen, den kannst du links rum über der Rampe und dann geschickt Da haben wir ein Portal, wo Alex lang geht. Wo kommen wir mit dem Portal ran? Wahrscheinlich oben drüber, oder? Wahrscheinlich oben drüber, oder? Wahrscheinlich oben drüber, oder? Wahrscheinlich oben drüber, oder? Okay, Mann. Oben drüber. Ach, come on. Ja, Portal ist das Safeste von allen. Okay. Das ist ein Huckel. Hallo, der Funksteamer, bitte. Hallo. Ach so. Was machst du da? Doch. Ich hab keine Ahnung, ich drehe mich und drehe mich, wisst du? Und er dreht sich, dreht sich, dreht sich, dreht sich. Von ran willst du immer noch wissen? Ja. Von ran willst du wissen. Ringe, Ringe, Reihe, ja, wenn er füllt, dann schreit. Was? Ich bin immer noch am Wiggeln. Wiggel, 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 Wiggel. Wiggel, Wiggel, Wiggel. Wiggel, Wiggel, Wiggel. Wiggel, Wiggel, Wiggel. Wow. Das andere war halt irgendwie safe 3, oder so. Ich muss meine weg? Ja, ich glaub schon. Do not fear missing your shot. Okay, das heißt, volle Power. Yay. Ja. Igel. Toll. Die letzte Bahn war jetzt irgendwie. Oh, Flocke. Also, wenn das einer nicht geschafft hätte, das wäre ja peinlich. Wo bin ich denn jetzt? Auf dem Drachen seid ihr. Wow, Mcfly. Wenn du verfehlst, dann geht weiter. Wow, Mcfly. Wow, Mcfly, mach jetzt mal noch ein bisschen Quatsch, bitte. Jawohl, noch mehr Quatsch. Noch zwei Schläge Quatsch, bitte. Noch zwei Quatsch, bitte. Wow. 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 Letzter. Götter. Gönn ich Dalo nicht. Immerhin nicht Letzter. Ich hab einen Tautal. Ah, ich hab einen Tautal bekommen. Ich hab einen Tautal bekommen. Ich will auch einen Tautal. Nein. Was? Wenn du jetzt den Scheiß aufmacht hast, ist das gar schon wies. Sieht ja keiner. Wow entlassen wir euch jetzt. Morgen um 20 Uhr geht's weiter. Und rein. Und tschüss. Ja. Wow. Tschüss. Wow. Wow. Ja. Ja.